Jetzt pushen wir Bottom-Lane, weil mein Team noch tot ist. Weil mein Team mit Lower-Up wieder rumgeeiert ist, wie die Großen. Gucken, hier ist Baron da. Ja, Quatsch. Baron, Baron Drachen, alles gleich. Gut, ich hab hier irgendwie... So, so, machen wir gut auch eben. Ich bin hier so nur Jurik. Ich hab irgendwie Kackstarts, ne? Es ist unglaublich. Aber egal, Stats sind nicht alles. Es kommt auf meine Leistung im Fight an. Da kommen sie. Ha, hab ich euch gebashed. Aber Dingens hat... Ah, er hat einen Orakel. Deswegen hätte ich ihn sehr gerne getötet. Mit dem blauen Waff hab ich euch auch geklaut. Da könnt ihr gucken, wie ihr wollt. Ihr seid aber doof. Ihr seid aber doof! Hab ich's euch gegeben, wa? Okay, hier jetzt ein Böse im Busch. Böse, Böse im Busch. Ja, gut. Zinian geht vor, ne? Top. Die sind jetzt alle da und da. Unglaublich. Eve ist so kacke. Wenn ich weiß, die haben einen Orakel. Und ich weiß doch genau, wo die stehen. Ich weiß es doch. Das kann ich dir doch ausmalen. Ey, du musst den Leuten echt immer ein Bildchen malen, damit die das verstehen. Ah, toll. Fade. Hab ich dir die Ulti gegeben? Ja, hab ich. Bist du nicht gestorben? Okay, bist du nicht. Och, Mann. Echt? Och, Mann. Das sag ich dazu. Mehr sag ich dazu nicht. Leute, Eve, ne? Leute, warum? Warum rennt man da so rein wie Eve? Ja, port dich weg! Port dich weg! Komm, hier kann da mal jemand hin. Hallo, Leute! Hier, Leute, ne? Da ist so. Hier. Stefft mal. Jetzt sind sie da. Da, Baron. Geht hin. Geht hin. Ich komme. Ich bewege mich. Fade. Ja, die beiden. Ja, zwei gegen... Wait. Nee, wait. Nicht viel. Go. Go, 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 go. Go! Ja, go! Ah, okay. Sie haben es abgebrochen. Gut für uns. Die hätten ihn so locker gekriegt, den Baron. Unglaublich. Was? Wait, wait. Mit dem Baron-Buff ist kacke. Wir haben doch gerade schon zwei. Ne, wir haben eine Dominanz, ne? Aber die geben wir ständig außer Hand. Weil so Leute wie Eve, ja? Die läuft weg und weg und weg und denkt sich, lo, 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 kein Ding, kein Ding. Lo, lo, lo. Ich mache hier eine auf Pusher. So merken die nicht, dass wir Baron machen. So merken die nicht, dass wir Baron machen. Wollen wir den Schnellen noch? Ja, gut, passt. Passt, jetzt wackelt hat Luft. Dachten nicht hier, Baron, weil ich hier als Funktionier-Dings funktioniert habe. Als Rumsteher. Das ist so meine neue Taktik. Okay, gut. Töten. Fuh, puh, 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 puh. Au, 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 au. Jetzt können wir den Tower hier tot machen. Warum immer mich? Warum werde ich denn hier gefokust? Ich will nicht immer gefokust werden. Was soll denn das? Es gibt doch viel gefährlicher hier als mich. Ich habe, ich habe doch keine Käse. Ich bin doch total useless. Oh. Komm, hier, gib mal her hier. Ich brauche mal ein bisschen AP. So, fettig. Tot. Tot, 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 tot. Und jetzt bin ich schon wieder gespottet. Ich kann es echt nicht mehr ertragen hier. Ja, hier, komm. Komm her, Creep. Ich muss. So, hier auch noch. Mit Baron-Baff geht das hier ja. Ja, Jorik finde ich ganz cute. Aber ich bin irgendwie abgeschissen hier. Warum denn? Geht doch gleich auf den Nexus. Ach, Leute. Echt jetzt? Ihr braucht jetzt nicht mehr viel rum eiern. Ich habe, glaube ich, Malfight gerade gegenehmt. GG. Game vorbei. Ich habe Kacke gespielt, aber egal. Wir haben gewonnen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke, wir machen jetzt mal noch eins hier. Und zweites. Wie geht's dir? Mal schauen, was wir jetzt spielen. Also, bis gleich. Also, beziehungsweise bis denn. Also, bis demnächst. Victory und so. Tschö, tschö.